Oh. Hi. Weißt du, kennst du den nicht mehr? Spezi ist auch mit mir hier drin. Habt ihr das nicht mitbekommen damals? Was? Was war der denn? Den N24-Skanal. Nee, irgendwie nicht. Da war ich noch in der Rollstuhl. Damals, als sie Bin Laden geschnappt haben, haben sie ja auf N24 das richtig schnell berichtet, ne? Und die Spezialeinheit hieß ja Marquis, ne? Und da haben sie im Hintergrund das Logo der Spezialeinheit eingeblendet. Ich bin nur blöd, dass irgendwer schlecht recherchiert hat und das nicht die Spezialeinheit Marquis war, sondern Star Trek Marquis. Das war so geil. Ich hab das so gefeiert. Ah, Star Trek bin ich sozusagen mit der Originalserie fertig geworden. Ich fand das so geil. Und bin jetzt bei The Next Generation, ich glitsche gerade in der Tür fest. Ja, ich auch. Was ist das hier eigentlich? Das ist im Gefängnis, ich glitsche gerade in der Tür fest. Was sprechen wir aus? Hi, Mondmeier. Ich steck hier fest. Ich steck in der Tür fest. Ich bin runtergefahren. Ah, Mondmeier, du bist übrigens noch gemuted. Ja, ich ziehe das Pony hier. Das Pony hier. Das Pony hier. Was macht ihr da? Ich schufe mich mal mit der Crowbar mit Rechtsklick. Jetzt hast du mich mit eingebacken. Was macht ihr da? Ich steck fest, hallo? Wo steckst fest? Warum steckt ihr alle fest? Ich bin der einzige, der frei rumläuft oder? Ich bin zu fett für die Tür. Joa. Ich hab Glück. Ich kann auch nichts dafür. Was machst du da? Ich hab jetzt ne Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob die Map wirklich gut ist. So, ich mach's nicht. Mit den Skins, die wir haben. Ich will sterben. Ich bin einfach nur sterben. Das sieht so geil aus mit dem Sonic. Ich bin gerade, ich weiß, ich bin tot, aber... Warte, ich komm hier überhaupt nicht weg. Ja, war bei uns auch so. Ich hab noch nicht mal ne Waffe. Headshot. Wahnsinn. Ich liebe diese Waffe. Das Huhn geht grad auf dich los, Rayon. Das ist egal, ich bin schon gekonnt. Ich mag die Map. Tot. Wow, ich glaub, ich hab mir einen anderen Skin lieber. Das ist das Evil Chicken. Nee, das liegt dich am Skin. Sicher? Das liegt dich am Skin. Ja, das liegt dann in Türen. Das war ne Traitor-Waffe. Soll ich die Map ändern, oder? Nee, die ist geil. Ich mag die. Was ist Jan? Biete noch mal Trailer. Hallo. Hi. 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 Hi, hi. Gidab, Gidab. Nein, puh ich. Preparing. Hallo, hör auf. Gott, ich kenn mir immer die Tasten. Die Mama muss fallen. Die Mama muss fallen. Auf F. Für Flashlight. Ja, ja, aber bei mir geht's immer nicht. Ach so, dann hast du das auf eine andere Taste gestillt. Ja, irgendwie schon. Egal. So, ich merke nicht durch die Tür gehen. Soll ich mal durchgehen? Ja, wie kann man das jetzt? Ah, man muss die Tür zuerst mit E aufmachen, aber wenn man auf der Innenseite steht und die Tür berührt, glitscht die in einen rein. Türen sind doch offen. Ja, weil ich sie grad aufmach. Von der anderen Seite. Okay, das ist nur, wenn man sie von innen aufmacht und sich einem entgegen öffnen, dann glitscht man irgendwie rein. Spätsee, was machst du da? Alter. Was macht ihr alle da? Es glitscht hier jemand irgendjemand. Ja, genau. Die Tür schließen sich halt ein in die Tür. Die Tür schließen sich halt ein in die Tür. Wollt ihr wieder weiter ran gehen? Hä? Ich bleib... W-what the fuck? Sind wir hier? Wir sind hier auf einer fliegenden Insel. Ne. Krass. W-what the fuck ist das hier? Ne. Krass. Und ich bin zu blöd hier auch gespült. Du hörst einfach alles auf. Du hörst die Welt auf. Du hörst die Welt auf. Du hörst die Welt hier auf? Ja. Lauf mal dagegen. Oh. Rayon ist ab! Ich will es nicht! Mann, ich wollte noch runter springen. Null Aim-Hass mit dem Boomerang. Vor dem Fisch wird ja gleich die Leiche. Es ging ja ganz knapp hier vorbei. Die Boomerang-Treffen ist aber auch nicht einfach, muss man anmerken. Äh... Ich merke gerade in der Mitte gibt es einen Turm. Ja. Warum sehe ich das jetzt? Ja, da... Da... In der Mitte ist dann... Klar hast du doch das Cheese-It-Placement nicht gesehen. Das was? Das Cheese-It-Placement. Achso, ja. Das... Das... Ich kenne. Das ist aber auch echt die beste Preparing-Phase überhaupt hier. Ja. Ich bin so richtig produktiv gerade. Können ich bitte schon mal einen Traitor-Shop haben? Ach, ich bin nur wieder Traitor. Ne, hab ich nicht gesagt. Nein. Ich mag die Map. Ich auch. Ich auch. Ich hab ne Glocke. Die liegen hier zum Beispiel auf den Tischen rum. Ich hab ne Glocke. Ich hab ne Negeef. Ne Negeef. 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 Ich... Hab ich gerade random Schaden bekommen? What the fuck? Chris, bitte tu es nicht. Hä? Ich kann... Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür! Ah, jetzt bin ich drin. Hi. Was geht ab? Spezi, hilf mir bitte. Pony, Pony bitte. Hilf mir. Hier. Hier drüben. Hier. Oh Gott. Hilf mir. Was war das? Hat da jemand grad das Explosionswasser angeschossen? Ja. Wo denn? Hier. Oh Gott. Was willst du denn? Ich steck hier raus? Ich steck hier raus. Ja, ich seh dich nicht. Hier drüben. Baller, komm. Ach da. Hilf mir. Nicht töten. Nein, tu es nicht. Nein, 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 nein. Tu es nicht. Hi. Oh, hi. Was geht ab? Ich bin wieder weg. Hi. Hast du mir grad beim Sterben zurück? Ja! Pony for Love. Wer will ne Plasma-Granate? Ich nicht. Ich geh nie mehr durch die. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist der andere Typ. Ich hab ne Glocke. Ich muss mich nicht mit ihm anlegen. Alter, was? Ich hab ne random ne Plasma-Granate geworfen. Ich sag sogar noch, wer will ne Plasma-Granate? Ja, und du hast sie geworfen, bevor irgendjemand gesagt hat, ich. Weil ich das immer mache. Thomas! Wer war der Thomas? Spezi? Nein, ich hab keinen. Keine Ahnung, woher sie gekommen ist. Ich hab's nur gehört. Spezi? Wenn ich gleich tot bin, war Spezi. Spezi bei mir. Wer lebt noch? Spezi? Wer lebt noch? Oh Gott. Ich glaube, es war Chris. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Und hier liegt ein totes Pony. Das tote Pony, das ist zu traurig. Chris! Chris, Chris! Oh Alter! Ah! Ich bin nicht wieder. Tschüss. Ich hab ne Glocke, das ist runter. Ich campe jetzt. Du hast ne Firm noch vier Minuten, ne? Ich erkunde die Map. Hurry up. Hey. Was geht ab? Ich bin unsichtbar. Ich bin wenig. Ich bin wenig. In 10 Sekunden bist du nicht mehr unsichtbar. Warum? Ah. Ich komm. Ich würd lieber von der Map springen, wie mich von dir töten zu lassen. Warum bin ich zu klein für dich? Wo ist der Chris? Wo ist der Chris? Wo ist der Chris? In deinem Anus. In deinem Anus. Habe das? Oh. Was ist aber tief drin? Ganz tief drinnen. Ja. So ist das geil. Ja. Dann benutzt man schon den Homing Pitch hin und dann home der nicht. Ich hab keine Munition im X kam. Aber ich kann mich hier wirklich. Alter. Aber ich kann mich hier wirklich dahinter ducken und bin weg. Ich hab ihn so runter geschossen und dann tötest du ihn nicht mal. Das ist traurig. Ich hatte keinen Schuss bei ner Glock. Du hattest auch keine Zeit den anderen Waffen zu holen. Nein. Ich musste weglaufen. Ich muss hier wieder Trader sein. Ja. Dann viel Spaß. Bitte lieber TTT-Gott. Vor allen Dingen ja. Also ich schmeiß mal so ne Plasma als Innocent, ne? Ja. Mach das tatsächlich öfters. Ich mach das nicht. Bin ich so. Bin ein nettes Pony. Plasma sind echt die schlimmsten. Ja. Ja, aber wenn die nur random am Boden liegen, machen die nicht das. Die müssen einfach wieder kleben. Richtig. Aber wenn du es auf einen Spieler schmeißt. Außerdem hab ich ihn nicht mal getroffen. Ich hab ne Reifel. Was? Ja, wär er gestorben, wenn ich ihn getroffen hätte. Wenn ich ihn getroffen hätte, wär er gestorben. Ja, ja. Aber Millimeter verfehlt. Oh, die Waffe kenn ich gar nicht. Das macht die. Kann ich über die ganze aufgehen? Danke. Ich hab die Schild vor der Tür. Du hast die Akes. Die ist geil. Explosives was? Ja, das hab ich da runter gestoßen. Das war ich. Ich hab drauf geschossen. Einmal. Ja, als ich vorbeigekommen bin. Aha. Die sehen ja noch nie. Ey, du warst noch auf der Treppe, wie ich geschossen hab. Ja. Und das Fass lag unten am Boden. Ja, aber es war ja relativ klar, dass ich runtergehe. Ja. Warum macht jemand grad die Tür zu? Das warst du. Nein. Oder sie gehen automatisch zu. Rayon! Mach die Tür auf! Mann! Ich geh da nicht durch, wenn die so rumbatscht. Oh, hi. Hi, Spezi. Hi. Was hast du für ne Waffe? Ich hab... Warte. Das ist ne Glocke. Schieß mal nach oben. Okay, ist wirklich ne Glocke. Guck mal was ich habe. Nee, nee. Pony, guck mal. Ich hab ne Glocke. Ich bleib in deiner Nähe. Ich trau dir nicht. Leute, wenn ihr den Shooter King hört... Kannst du, ne? Wenn ihr den Shooter King hört, dann hat Spezi mich angeschossen. Aaaaaah. 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 Cocktail! Oh. Ihr backt grad ihr, ne? Oh, ich seh den Pony. Aha, Mondmeier. Da krault sich da die Eier. Aaaaaah. Ich mag... Aaaaaah. Hallo. Geh auf Tür. Komplett bitte. Danke. Aaaaaah. Wer ballert hier? Das war ich. Okay. Ist okay. Er darf das. Hashtag er darf das. Kennt auch niemand den Insider. Was macht ihr denn hier? Aaaaaah. Guckt mal, ich hab die Schenke. Guckt mal. Wir feiern wir in die Orgie. Wir feiern wir in die Orgie. Wir feiern wir in die Orgie. Ja. Ich hab gesagt, ich würde da reinlaufen. Nein, ich bin nett. Hör auf. Aaaaaah. Ich bin nicht nett. Aaaaaah. Haben wir ihn grad ausgesperrt? Ich dachte, ich hab ihn grad ausgesperrt. Schade eigentlich. Ja, woher haben wir ihn ausgesperrt. Alter, ich bekomme hier Schaden. Kusch, guck mal. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, ich gucke. Was denn? Ich hab ne Glock. Ja, das seh ich nicht. Die sind in deinem Kopf. Soll ich mal das mal schießen? Schieß mal in die Luft damit. Ich sag auf dich schießen mit der Glock. Schieß in die Luft. Ich sag auf dich schießen. Ja komm, ich schieß. Soll ich mich nicht auf dich schießen? Schieß. Komm. Ich schieß zurück. Das ist ein Schussquiz. Ja, ich hab auch ne Glock. Komm. Oh, wo? Kommt ihr aus meiner Eier an? Nein, ein bisschen weit da vorne. Es kommt aus deinem Sitz von deinem Einrad. Ich geh hier wieder. Ich hab keinen Bock auf euch. Hör auf mit zu folgen, Chris. Hör auf mit zu folgen, Chris. Okay, ja. Chris. Geh weg. Sonst nehme ich die Sniper in die Hand. Du brauchst langsam mal wieder Moni. Warte, geh mal zur Seite. Okay, hier oben ist ne Shotgun, Moni. Für die abgesehen... Was machst du da? Alter. Ich lass dich jetzt nicht runter. Ich lass dich jetzt nicht runter. Alter. Wie viel Leben hattest du noch? Was machst du? Rayon, du hast unter Info, die Minigun. Ballert zwar voll viele Kugeln in kurzer Zeit, aber... Und jetzt Stil. Wie viel Leben hattest du noch? Sie macht fast keinen Schaden. Wie viel Leben hattest du noch? Wie viel Leben hattest du noch? 16. Das ist nicht mehr viel. Eine Sekunde mehr ballern und ich hätt' dich gehabt. Ja. Aber es ist schön, dass ich mich in Ruhe klasse an deiner Ecke. Ist doch nicht so nett. Ja, ich mag dich. Ja, ich mag dich. Das ist langweilig in den nächsten fünf Sekunden. Ich will wieder Trader sein. Ich war noch nie Trader auf der Map. Ja, ich auch noch nicht. Ja, ja. Ich war jetzt dreimal Trader und einmal in der Runde. Aber ne, das ist inoffiziell die Zahlen. Ich fühl' nur ne Glocke. Oh ja, die auck. Jaaaa. Was darfst du finde? Was darfst du das? Ja? Ich darf das. Hashtag er darf das. Alter, Rayon schießt auf das Fass während er selbst und ich. Ach so du Brand-Symbol. Wer war das? Das war das Pony. Das ist nett. Das darfst. Nein. Hier kommt niemand durch. Darf ich die Waffe jetzt testen? Also ich werde jetzt gleich schießen. Nein. 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 Du kommst hier nicht durch. Nein. Drei. Zwei. Nein. Was macht ihr denn? Ich hab angekündigt. Selbstschuld. Ich bin innocent mein Pony. Spezi, geh weg. Oh shit, spezi ist das. Oh shit, ich hör Munition an. Scheiße. Warum hab ich nie Munition? Alter. Selbstschuld, Chris. Wie das Pony mir einfach vertraut hat. für die schönen. Ich sehe die Liebe in diesem letzten Plan. Pony versteht sich. Oh Gott. Ne Chris? Ponys. Ich mag die Waffe. Die macht gut schauen. So, wenn das nächste Webboating ist, ende ich mal meinen Skin für die nächste Web. Das könnte man eigentlich rein theoretisch machen, oder? Ich ende auch immer meinen Skin, aber immer unter den Ponys. Ich will mal wieder Traitor sein. Nein, ich war erst dreimal Traitor heute. Also, die sind auf dieser Map. Ich bin viel innocent. Das ist getroik. Hier, Pony Love. Aber moderiert ihr eigentlich nicht ab nach jeder Map nix? Nein. Wir schneiden das. Ich weiß nicht. Ich mach's nur noch als Livestream. Achso, du machst... Und die anderen machen, glaube ich, immer 20 Minuten Dinger, ne? Ja. Ne, eine Map. Ach doch, eine Map. Okay. Kann manchmal 15 Minuten sein, oder 40. Das hat man auch schon. Oder einmal hab ich den Schnitt versaut, da hatte ich 48 Minuten, weil ich zwei Maps drin hatte. Ja, ich hab ein Auge. Ja, da konnte ich dann zwei Folgen hochladen. Hattest du Stress? Ah, das tut mir leid. Halt's mal. Weißt du, Chris, es tut mir leid, mein herzlichstes Beileid für deinen Verlust an Zeit. Hat man eigentlich gerade gehört, wie ich gezittert hab? Ja. Hi Pony! Ich krieg aber deine größten Augen. Wo machst du mir dazu? Spezi! Was hast du da? Ja. Was hast du da? Ich hab ne Block. Schieß mal. Make war and laugh. Mach keinen Turm hoch. Ja, hab auch schon gemerkt. Ja, ich hab einen Diesel. Ich wurde so geboren, mobbt mich nicht. Häh! Motlan! Das Pony, nee, das kann nicht sein. Das Pony tötet ich nicht. Das Pony tötet ich nicht, nee. Das Pony tötet ich nicht, nee. Könnt' mich machen. Vorsicht, Explodionsfass fällt. Oh, wenn ich jetzt das Felder wär, so easy. Das Fass, einmal Bäm und das Fass wär weg. Und da hinten ist ja, ist der komische Frosch. Lebt der komische Frosch, ne? Ja. Sicher? Hast du Reise? Ich hab ihn gerade gesehen. Reise? Dass ich dir gerne um kann, der redet mich nicht, Spezi. Ich seh einen toten Frosch. Ich seh einen toten Frosch. Ich seh auch einen toten Frosch. Ich kann dir doch tot machen, reicht dir das? Ja, mach den Frosch tot. Komm, mach den Frosch tot. Kannst du ja nochmal machen. Spezi, ich vertraue dir jetzt einfach mal, ne? Der Frosch bewegt sich nicht, wenn ich auf ihn schieße. Wer ist da wirklich tot? Ups. Ach, scheiße, ich glaub die Leiche da ist tot. Nein, der lebt noch, der ist healthy und crude. Also wenn du mich jetzt tötest, dann bring ich dich um, ne? Genau das. Da ist ein Pony, das schieße ich an. Spezi, wenn ich jetzt sterbe, dann überlebe ich das vielleicht nicht, ne? Also nur damit du das weißt. Was ist denn der Igel? Warum laufen wir gerade im Kreis? Ich lauf die ganze Zeit im Kreis. Ich auch, ich folge dir, ich beobachte dich. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich baller nicht, hab dich keine Sorge. Es sei denn, du ballerst. Dann mach ich auch. Frosch! Der lebt wirklich noch. Hä? Warum lebt der Frosch noch? Hä? Hä, von wo wurde ich jetzt abgeschossen? Von da hab ich die ganze Zeit... Hattest du ne Fake-Leiche? Ja. Hä? Man kann da außen auf die Mauer rauf. Deswegen hab ich doch gesagt. Der lebt noch. Okay, ich hätte dem Pony vertrauen sollen. Es tut mir leid, Pony. Oh. Ich würde nie lügen in diesem Spiel. Ein Pony kann nicht lügen. Ich vertraue jedem Pony-Skin. Ich habe auch als Pony noch nie gelogen. Ich sag ja auch immer, wenn ich zu Hause bin, ist das alles noch nie aufgefallen. Das gab mir nur niemand. Ich bin Traitor. Ich bin Traitor. Okay, ich vertraue dir. Ich bin Traitor. Ich auch. Hey, geil. Traitor haben gewonnen. Ja! Hey. Schlezi hat nichts gesagt, oder? Ja doch, ich hab das gerade. Ich bin's gesagt. Ah, Schlezi. Wobei, bist du auch Traitor? Ja. Das wäre eigentlich lustig, wenn wir mehr Traitor sind, dann wissen die Traitor nicht, wen es jung bringen soll. Die Tür geht nicht auf, Chris. Du, ich will dir ja nichts sagen, aber wenn man Traitor ist, sieh mal mehr die anderen Traitor. Ach ja, stimmt! Das ist natürlich schon ein Scheiß, am Ende, ne? Ich gehe hoch zum Explosions-Pass. Ja, oder wie wäre es denn, wenn es mal gar keinen Traitor gäbe? Dann hätten wir schon gefunden. Ja, aber dann wissen wir es vielleicht gar nicht. Ach so ein Explosions-Pass. Nee, dann heißt es Explosions-Pass. Vorsicht. Pony, ich vertraue dir das. Das ist Pony, dass ihr diesem Vertrauens-Test, ne? Wenn man Werwolf spielt, dann gibt es ja auch manche Leute, die machen einmal eine Runde komplett ohne Werwölfe und dann... Ach, ich schieße jetzt aufs Fass. Richtig viel Spaß. Rayon, ich würde Abstand halten. Nein, du schieße nicht aufs Fass! Drei, zwei, eins... Ich habe aufs Fass geschossen, mit einer Vorwarnung. Späti hat Schaden bekommen? Späti blutet? Ey. Ja, durch Mondmeier. Wahrscheinlich. Was? Nein, das war ein Trümmer von Fass. Das war ein Trümmer von Fass, das auf dich geflogen ist. Die Tür soll auf! Die Tür backt! Eine HP? Eine HP? Wie wird sie die Quoba ab, wenn man dich stößt? Gar nichts, oder? Gar nichts. Beim Rechtsklick gar nichts. Okay. Beim Rechtsklick aber nicht Ray und beim Rechtsklick nicht. Ey. Ich habe Angst vor dem pinken Pony. Vor dem pinken? Ich habe Angst vor dem Pony im Allgemeinen. Die Pony sind doch nie Ray! Hast du noch ein Road-Bot-Extra gespielt? Nee. Chris. Sei froh! Sei froh! Ich hasse Horrorspieler da. Ich hack mich immer. Hallo! Da ist ein Pony hinter mir her. Ja. Pony for love. Oh, da ist ein Brösch hinter mir. Nein! Ah! Ah! Was macht ihr denn? Ist er gerade runtergefallen, oder was? Pony? Ich glaube, er ist gerade vom Kuppen gesprungen, kann das sein? Ich weiß nicht. Nein. Ja, ja. Nein! Nein! Ich klicke die Tür genau auf, als ich sie aufgemacht habe. Chris! Ich klicke in der Tür. Was? Ich helfe dich raus. Ich helfe dich raus. Ich helfe dich raus. Ich helfe dich raus. Ah! Chris, ich helfe dir raus. Ah, hier. Einmal. Nein. Chris, ich helfe dir raus. Neb das Pony doch. Auch ohne Spitze entkommen. Spitze? 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 Huh? Mein kleiner Freund! Lass mal vor. Spitze? Wo bist du? Spitze? Mein kleiner Freund! Lass mal vor. Spitze? Wo bist du? Ich rede einfach mal mit mir selbst. Rayon, was hast du heute schon gemacht? Ich hab ein paar vorigen Mass-Effekte aufgenommen. Wann kommen die? Ja, die kommen auf meinem Kanal. Könnt ihr jeden Tag gucken. Um 16 Uhr. Ich bin kein Traitor. Hahahaha. 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 Das war so falsch. Hahahaha. Hahahaha. Pony! Ey! Bies! Ich bin kein Traitor! Alter! Wieso ballerst du auf mich? Ach, beweise! Was ist mit Pony Love? Beweise, dass du... Und woher willst du... Sei mir Spezies Leiche! Woher willst du wissen, dass ich nicht der Traitor bin? Weil ich Pony vertraue! Ich vertraue dir! Ich werde nicht ballern, okay? Komm her! Ich werde jetzt nicht ballern! Guck! Guck! Ich werf sogar meine Waffe hin! Guck! Guck! Und meine andere Waffe! Guck! Guck! Legen beide Waffen hier! Guck! Guck! Hier liegen beide Waffen! Guck! Guck! Ich bin fairlos! Ich nehm sogar die Crowbar in die Hand! Guck! Aber es lebt kein anderer mehr! Zeig mir Spezies Leiche! Die hab ich noch nicht gefunden! Chris seine Leiche hab ich gefunden! Die steckt nämlich in der Tür! Aber wo ist Spezies Leiche? Alter, was macht der da? Er fabbt auf uns! Auf die geilen Ponys! Das hört sich aber ganz schön hart an, das fabten! Ah, ist auch kein echter! Der hat ja drei Prothesen dran! Holzmuschi! Damit er auf zehn Zentimeter kommt! Holzmuschi! Ja, das glaub ich dir sogar! Ungefeilt! Ohne Scheiß, wo ist Spezies? Sie ist Spezies Leiche nicht! Also wenn ich jetzt Spezies gleich finde, weiß ich, dass du's bist, ne? Mhm, das ist klar! Wer hat auf mich gewallert?! Ich hab 20 fucking HP! Ja gut! Ja gut! Weniger als ich hab! Was ist Pony Love?! Was ist damit?! Der Schatz ist plötzlich da! Ich hab nie wieder gelassen! Ja! Tut mir leid! Geht mal so um Ecken! Dann macht man so geradeaus und dann links und dann steht man da! Ja! Tut mir leid! Ich kann die Ecke... Ich hätte dich antäuschen sollen oder was?! Aber du hast... Hast du noch gar keine Leiche gefunden oder was?! Doch! Chris, deine Leiche! Ah! Und warum hab ich das nicht gesehen? Liegt hier! Okay, weil... Du hast ja aber nicht confirmed, oder? Wollt ich sie confirmed? Ja, confirm sie doch mal! Wie macht man das? Mhm, das macht man so, wenn man nicht der Traitor ist! Ja, wie fand man sagt... Was muss ich drücken? Hm? Ja, was muss ich... Ich weiß es nicht! Ich spiel nicht zu viel PC! Ich bin Consolero, du Dulli! E! Das ist der Buchstabe neben W und neben R! Ach, E also! Und wo bist du? Ich bin gleich hinter dir und geb dir nen Headshot in den Kopf! Ach, ne, er lass mich in den Kopf! Ja... Headshot voll ins Knie! Das ist Alten, das ist Skyrim! Okay, du willst also nicht confirm! Nein! Du hast wahrscheinlich schon zwei umgerotzt, das heißt, du hast noch eine Minute Zeit! Ich sag einfach nur Camper-Schwein! Wo bist du, verdammte Scheiße! Aber weißt du, was ich witzig finde? Ich lauf mit dir mit... Ich lauf vor dir mit dem Crossbow rum! So klein ist der Crossbow, der kann doch nicht komplett in mich verschwinden! Ach so, ist gar kein... Hier, äh... Hast-Mode! Was für ein Mode? Hast-Mode! Hast-Mode! Nee! Nee, den hab ich deaktiviert, weil ich nicht mehr weiß, was das ist! Ja, er hat den drin! Das ist legal! Ich lauf immer mit dem Crossbow rum! Also, da bitte! Der, ähm... Der bedeutet, dass wenn du... Sobald, ähm... Einer stirbt, sind drei Sekunden länger Zeit! Nope! 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 Aber ich fand voll lustig, dass er mit dem Crossbow vor ihm rumlauft und der checkt's nicht! Ich denk mir so, oh, ich hab Zeit zum Nachladen, easy! Das ist das Geile beim Skin, jetzt verschwindet alles zu mir! Ja, das ist halt die Kacke beim Skin! Na, das ist geil! Ich kann... Ich kann hier rein theoretisch mit nem Rocket Launcher rumlaufen und keiner checkt! Rein theoretisch aber auch, ne? Ja, das war vorhin bestimmt auch der Fall, wo ich die Melden auf euch geschossen hab, äh, beim Team... Da! Wer ist es? Hundmeier! Also, ich weiß nicht, ob... Hundmeier, was? Hundmeier? Habe ich mich da grad mal höher, oder? Ich würde nicht zurücklaufen! Die Tür! Geh nicht zurück! 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 Pass auf die Tür auf, oder? Scheiße! Du drängst den grad in die Tür! Also, ich bin innocent, ne? Oh Gott, ich hab hier nur geschubst! Ja! Hört auf, mich zu treten! Das ist ja wie in der Schule! Hi! Wer ist gestorben? Spätsi? Chris lebst du noch? Hallo? Spätsi? Spätsi? Chris lebst du noch? Spätsi? Es muss Spätsi sein, wenn's Chris nicht ist. Wenn ich Chris eine Leiche bin, du bist du Spätsi? Nein, Chris ist noch am Leben. Ich seh ihn, ich seh ihn. Hinter dir, hinter dir! Spätsi? Oh! Ne, Chris liegt hier! Chris liegt hier! Chris liegt hier! Ich seh doch Chris! Oder hat er wieder eine Fake-Leiche platziert? Okay, ich ball einfach auf alles, was sich bewegt. Oh, ein Schmetterling! Fuck you! Ohohoho, der will nicht trifft, der Dulli! Ich hab ne Shotgun, verpiss dich! Ich hab nix mit Snipen gerade! Spätsi? Chris ist da hinten! Spätsi, bleib bei mir! Er hat irgendwie so ne Regenbogen... Hinter dir! Oh shit! Nein! Scheiße! Fuck you! Alter, warum hast du mir am ersten Mal keinen Schaden gemacht? Hast du mich einfach nicht getroffen, oder? Doch, hab ich eigentlich! Ja, ich hab fast keinen Schaden bekommen! Ja, die ersten zwei, drei Schüsse sind daneben gegangen und die letzten zwei, drei haben getroffen! Ja, da bin ich schon um die Ecke! Um die Ecke! Ich hab den Traitor getötet jetzt, Alter! Ich würde mit Gallier dafür! So ein Verdienst worden! Ja, bei dir ist das tatsächlich eine Heistung! Ich find auch gerade lustig, dass ich immer noch meine zwei PS4-Controller auf dem Schoß habe! Hm, ja, okay! Ja, brauchst du zwei PS4-Controller? Ja! Es gibt sowas, das nennt sich Multiplayer! Ja! Für eine Hand, einen Controller! Ich meine die Move-Controller, davon hat man zwei! Ach so! Und ja, ich hab auch zwei Playstation! Okay! Ja, das braucht man! Da hast du auch zwei Augen und zwei Fernseher! Natürlich! Nein, ich hab vier Bildschirme! Aber zwei davon laufen auf dem PC! Ich hab drei Bildschirme beim PC und den Fernseher hab ich auch noch am PC hängen! Den Fernseher sehe ich gerade nicht zum Zeitraum! Am PC, ja! Hi, da hinten ist mir ja langgelaufen! Vor allem, ich glaub, das war Sonic! Irgendein Frosch ist hier eben langgelaufen! Der Frosch läuft gar nicht! Boah! Aua! Ja, der fährt halt! Chris! Du bist gerade sehr gefährlich am Abgrund, muss ich schon sagen! Ja, du kannst mich nicht drunter laufen, da! Versuch dich runterzuschuppen! Versuch dich selber runterzulaufen! Soll ich wirklich? Soll ich versuchen dich runterzuschuppen? Ja! Komm, mach! Mach! Du schießt dann aber nicht auf mich, oder? Nee! Da! Okay, ich versuch dich runterzuschuppen! Warte, du kriegst gleich Schaden! Schubsen tut man mit Rechtsklick, Rayon! Okay, dann lass mal nochmal! Steh nur mal hin! So! Warte! Jo! Oh! Kriegt man da keinen Schaden? Du kannst auch dagegen laufen! Warte, man müsste theoretisch auch sehen! Okay, nee, an der Kugel sieht man es nicht! Wollen wir mit den Crowbars kuscheln? Ja! Ja! Komm Rayon! Ich pech dich aus! SM! Zeig mir deinen Hintern! Zeig mir deinen Hintern! Ja! Zeig mir deinen Hintern! Thomas! Was?! Ich hab Mondmeyer überhaupt nicht gesehen! Ich bin der irgendwie schon die ganze Zeit hinterhergelaufen! Hat der uns gerade alle drei getötet? Ja! Tremelkill! Achso! Er hat euch getötet und ich hab dann ihn getötet! Wer hat ihn getötet? Warte, was? He? Achso, Spezi war Traitor! Ja! Ich hab mich mit Thomas getötet und Mondmeyer hat mich im selben Moment von hinten getötet! Ah! Hm, lecker! Hey! Ich hab gar nicht gerafft, dass der hinter mir war! Ich bin dir die ganze Zeit hinterhergelaufen! Und ich hab nur gewartet, ob du irgendwas komisches warst! Und dann hab ich auch noch gefragt, warum du coolet bist! Traitor bitte! Traitor bitte! Traitor bitte! Traitor bitte! Traitor bitte! Traitor! Dankeschön! Ich hab am Anfang gesagt, dass ich von der Leiter gefallen bin! Ja! Ich hab jetzt ne Mission! Wollen wir kurz? Ach guck mal, was hab ich denn da? Diese Mission lautet... Versuch in die Tour hochzukommen! Das ist dann dein Kopf! Das ist ein Riffle! Warte! Keiner holt das Fass! Ich versuch in den Turm hochzukommen! Ja, natürlich bin ich Traitor! Warte mal! Ich will mal kurz gucken, was passiert! Ich komm den Turm nicht hoch! Ich bin zu dumm! Da stirbt man! Ist ja blöd! Hä? Was? Okay, er ist kein Traitor gewesen! Speezy, bist du Traitor? Nein! Ich brauch... Vorhin fast! Warte, warte, warte! Aua! Ich bring mal das Fass runter, ne? Was macht ihr?! Alter, ihr habt auch mit Random Kills! Was macht ihr?! Was sind denn diese Random Kills? Das war... Was war das denn?! Das letzte erst war! Ja, aber warum die Random Kills? Ihr habt niemanden getötet, der Traitor! Ne, ja, dann waren die tot! Da war relativ klar, dass du es sagst! Ja, aber warum sind die tot? Weil ich sie getötet hab! Du Random Killer! Ich wollte mal diese Schrottsniper ausprobieren! Die Schrottsniper! Die ist richtig schrott, die Sniper! Die Schrottsniper! Minecraft City! Ist heute ne Minecraft Session, oder wie? Ich hatte heute schon 8 Stunden Minecraft!